Harder Tiefenangriff, Tiefenentspan... Oh Gott, die haben Panzer! Warte mal, stopp, die haben Panzer! Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh, oh, der ist noch am Leben, vorsichtig! Oh, Backe, das wird ja immer geiler, von Schwierigkeitsgrad zu Schwierigkeitsgrad. Boah, geil, unnormal! Kleine Planänderung, es geht doch gegen die Roboter. PS, einen Tag später, aber anspruchsvoll. So zumindest der Schwierigkeitsgrad. Und wir sind auch gerade der Kleinste im Team. Äh, mal gucken, wie lange wir überleben. Ich hoffe, irgendwer anderes übernimmt jetzt die Führung. Und ich hoffe, er macht Marker. Wir sind mitten auf der Karte gelandet, aber das war das einzigste Gebiet, was nicht heiß war. So, okay, die sind wahrscheinlich alle schon gefüllt. Glaub ich, ne? Von vornherein, die haben die Upgrades schon drinne. Stalwart ist nach wie vor die Stalwart eingestellt auf maximale Geschwindigkeit. Jetzt! Und die ist auch perfekt eingestellt. Vielen Dank für den Hinweis, die Lampe soll ausgestellt werden. Hm, sie verrät uns. Ja. Wird gemarkert, sehr schön. Ich freu mir. Pillen für alle. Ist in Ordnung. Ich guck hier mal ganz gut. Oh, hier ist was. Ah. Bogenwerfer. Und ich soll immer schön knüppeln, habt ihr gesagt. Und manche Kisten hier zerlegen. Manche lassen sich nämlich zerlegen. Wie die hier zum Beispiel. Verstärkung. Haben wir Verstärkung gerade bekommen? Ich muss dem Kampf folgen. Jetzt. Absolute Konzentration. Wo sind sie? Zwei sind da drüben. Ich schließe mich an. Ja, ist übel. Ich werfe da auch was rein. Doch nicht. Hat sie schon erledigt. Ja, wir müssen sowieso, ne? Wie gesagt, ein Tag später. Wir müssen... Speer müssen wir eliminieren. Speer müssen wir... Nein, ich kann da jetzt keinen Strike reinwerfen. Das würde alle töten. Oh, Schande. Ganz da hinten. Ganz da hinten. Kommt da weg. Okay, da hat sich jemand weggesprengt. Mhm. Muss erstmal reinkommen hier, ne? Oh, warte mal. Verstärkung. Alles cool. Wenigstens das kann ich hier, ne? Ach. Doppelt geworfen. Ich bin dran. Ist gut. Ich muss jetzt hier... Die haben Vorlauf. Die haben mehr Erfahrung. Naja, ich spiel auch nur theoretisch 40 Minuten am Tag. Grundlegend. Ula. Und da hinten? Ja, jetzt so. Das bombe ich weg. Nachdem ich durch einen Puffpilz gelaufen bin. Los! Luftunterstützung. Wir wollen alles. Ja. Noch weiter nach hinten. Deckung. Geht doch. Ich habe auch was kaputt gemacht. Jut. Exzellent. Führe, folge oder stelle dich zum Teufel. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist hier gerade sehr, sehr wichtig. Bis wir es... Aua! Bis wir es gelernt haben. Was ist hier explodiert? Frechheit. Achso, eine Mine. Irgendwer ist durch eine Mine gelaufen. Ich war es nicht. Nein, ich war es nicht. Ich bin unterwegs. Greife an! Ich nehme das! Also, ist das Spieltempo allgemein doch ein bisschen höher. Ich verstehe. Vielleicht waren wir zu zaghaft. Das müssen wir uns angewöhnen. Oh oh. Ich höre sie von rechts. Ist das nicht... Genau, das ist doch die Artillerie. Die wir mit Patronen füllen müssen. Machen wir. Geht klar, hier müsste auch eine Patrone rumliegen. Die rote. Warum nicht? So ran da. Mhm, gut gemacht. Und hier ist noch eine rote. Oh, und die neue Premium-Währung, die wir noch nicht kennen. Also, für uns ist die neu. Irgendwer kommt. Irgendwer kommt hier. Er muss das Term... Einer muss das Terminal machen. Okay, ich mach das Terminal. So, ganz fix. Hier. Mhm. Block. Und rein. Und wo kommt einer? Sieht noch gut aus alles. Ach ja, die Kästen soll ich zerlegen. Sprengen auch teilweise. Ich glaube, das sind die, ne? Was kann ich zerknüppeln? Was kann ich zerknüppeln und was kann ich zersprengen? Das ist jedenfalls die Premium-Währung. Die hier. Ziel abgeschlossen. Gute Arbeit. Vielen Dank. Äh, ich schmeiß hier mal ne Granate hin. Au. So, die nicht. Aber die Kleinen obendrauf, die konnte ich zerlegen. Was ist mit denen hier? Granate. Ist auch ne Testrunde. Ist auch ne Testrunde so ein bisschen. Äh. Jutsch. So. Ich muss rüber. Die Pflicht ruft. Call of Duty. Wir sind da. Wir sind da rein. Schicker einen Adler rein. Schicker einen Adler rein. Und nen Präzisionsschlag. Passt auf. Ja, du... Nicht so nah ran da. Oh, oh, oh. Aber ich auch nicht. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Irgendwer hat das zerstört. Es liegt im Bereich des Möglichen, dass wir daran beteiligt waren. Aber mitlaufen erstmal. Ganz wichtig mitlaufen. Und lernen von den High-Level-Spielern. Ich fühl mich grad so ein bisschen zurückgesetzt. Das war bei Fallout 76 genau das gleiche. Weil alle sind natürlich mit täglichen 10 bis 12 Stunden Schichten leveltechnisch vor uns hergelaufen. Aber da kann man dann viel nachholen. Warte mal. Stopp. Das war doch einer von den Speern. Da ist schon wieder einer von den Speern. Genau die müssen wir eliminieren. Hat das gezählt? Ja. 3 von 20. Im schlimmsten Fall legen wir eine mittlere Runde hinten ran. Damit wir die Speer auf jeden Fall heute in dieser Aufnahme absolvieren. Oh, hier wird gut uns was weggenommen von denen. Und die anderen Spieler sind schon vorgelaufen. Oh, okay. Oh. Wow. Wanda, da ist so'n Walker. Da ist noch Kram. Mhm. Den hätte ich auch ganz gerne. Bordabwurf entdeckt. Vom wo? Ist das nicht immer ein Fliegi? Ein Transport da? Ich bin, ich bin, ja, ich hab ihn wieder gewechselt, richtig, hab da gut bemerkt. Wir hatten eigentlich die schnelle Rüstung an, aber ich dachte mir, hier als kleinster Spieler sollte ich doch zumindest eine dicke Rüstung tragen. Na los, ihr Hunde. Adler. Und Block. Oh, Wahnsinn, vorsichtig. Oh, das ist, das ist, oh, den Großen kennen wir aber noch nicht mit Raketen. Halbvolles Magazin, weiter, der bewegt sich noch, der zuckt noch. Was können wir jetzt erleben? Oh, vorsichtig nicht, die Explosionsfässer. Also würde ich nicht vorschlagen, das ist ein Maschinengewehr, heute nicht. Heute brauchen wir kein Maschinengewehr. Heute müssen wir folgen. Ach, komm, ich schmeiß mein Geschütz. Block. Wow, den, den Schlag würde ich auch haben. Unbedingt. Renne. Das könnte hier noch eskalieren, das Geschütz könnte noch wertvoll werden. Sauber, den da. Ist das ein Speer? Nein, das ist kein Speer. Wir brauchen noch mehr Speer. Unbedingt. Weiter. Brücke vor. Mhm. Wie schnell lädt sich eigentlich das Gatling-Geschütz auf? Wie wäre es mit Nachschub? Einfach nur mal so. Drüben vielleicht noch ein paar Pillen. Eventuell. Oh, hier ist Moni, gut. Aber Pillen. Die habe ich gefunden. Spritze durchladen. Das ist das Tolle an der Stallward. Man kann sie im Laufen nachladen. Man muss aber auch wirklich warten, bis es durchgeladen ist. Wir kennen die Problematik. Oh, Fahrzeuge. Nicht, ne? Nicht nochmal eine Panzerungsweste hier. Auch wenn wir mehr aushalten. Wir sind einfach viel zu langsam. Oder wir brauchen irgendeine Medaille oder sowas, ne? Eine Bandana. Der Ausdauer. Sie kommen. Sie sind hier. Der flitzt einfach rein. Von hinten auch teilweise. Ja. Äh. Was kommt gleich? Zwei. Das ist doch super, Mann. Block. Ne? Der zieht das einfach durch, ne? Absolut. Ich muss da ran. Wer da ist, kann er mehr. Oh, sind die effektiv. Aber das werden wir auch noch. Wir lernen. Das ist ja unter anderem eine Lernrunde. Mal gucken. Okay. Ungefähr das Geschirr Ziele braucht ungefähr genauso lange wie das andere. Sprechen die sich, ja? Man hört es ja eigentlich auch, ne? Na, ihr Ratten. Schade. Schneller, schneller. Block. Uh. Voll weggehauen. Nice. Aber überlebt. Weiß jemand? Die Frequenz. Ach, schon durch, ne? Danke für ihre Kooperation. Ja. Wir rennen ein bisschen hinterher. Aber das ist auch gut. Das ist Demut, die uns hier gerade erfüllt. Ein guter Lehrmeister. Und es zeigt uns auch gleichzeitig, da ist noch viel Entwicklungs. Entwicklungspotenzial nach oben. Das wird großartig weiter. Ist einer reingelaufen schon? Ich hoffe nicht. Kann ja nachgucken. Abgefeuert. Na. Das war jetzt so ein fetter Schlag. Ich traue mich aber nicht, den abzuwerfen. Block. Ula. Ja, noch mehr Adler-Kram. Starboard habe ich dabei. Sieht gut aus. Wir können, ne? Immer schön mitzaubern. Zum Ende ist das... Kann man die zerlegen? I don't know. War das ein Hinweis? Kram? Oh. Pillen. Robobiere. Steck ein. Warum hat er da raufgeballert? Um uns vielleicht zu irritieren? Oh, gut gemacht. Ah, das war Teil der Aufgabe. Stimmt, genau. Unsere Hauptaufgabe. Das Landungsschiff eliminieren. Gut. Sehr lehrreich. Seltene Probe haben wir bekommen. Ah. Das Orange, ne? Gut. Grüne Marker. Blaue Marker. Pi mal Daumen in die gleiche Richtung. Weiter rennen. Oh, hier. Nach da hinten. Au. Und da sind wir auch schon wieder. Hallo, mein Freund. Ich brauche meine Starboard wieder. Das war ich nicht mit meiner Liberator. Gut. Nice. Vorsichtig. Schande. Ich kann doch hier ran, ne? Stimmt. Dann machen wir das. Block, block. Na, noch mehr. Am Horizont. Hm, hm. So, meine Starboard, wo liegt sie? In die Richtung. Ganz kurz. Geht, glaube ich, schneller, als wenn wir hier... Ne? Wenn wir jetzt hier alles neu anfordern. Moni. Nicht vergessen. Warte mal. Erst, nachdem ich die Starboard mitgenommen habe. Hm. Wo war das? Wo bin ich hier? Schande. Das war doch hier am Rand irgendwo. Das war bestimmt eine Mine, ne? Liegt da noch eine? Die sind gut getan. Die sind auch teilweise rot. So. Starboard. Action. Wir kommen. Aber die machen das ja schon. Oh, die Ausdauer. Das ist echt ein Problem. In dieser Rüstung. Naja. Da wird es wahrscheinlich auch irgendwann flottere... ...flottere Rüstungen geben, die ebenfalls gut gepanzert sind. Renne! Renne! Bis es brennt. Das ist wichtig. Alles durchgeladen hier. Vielleicht ist es besser, wenn ich dann runtergehe von der Sprinttasse. Das ist bei vielen anderen Spielen ja auch so. Ansonsten regeneriert er vielleicht nicht. Effektiv genug. Das könnte es sein. Vielleicht soll ich mir das angewöhnen. Vielleicht ist es gar nicht so unbedingt... Rüstungsab... Aua. Rüstungsabhängig. Ich bin wieder da. Hallo. Hi. Aber wir haben doch... Wir haben doch... Die dicke Explosion. Aber die dauert 100 Jahre, ne? Kann... Soll ich die nicht mal werfen? Für uns? Keine schlechte Idee eigentlich, ne? Da. Draufhalten. Hier. Komm schon. Hat er schon, ne? Hat er auch schon reingeworfen. Da kommen sie von da drüben. Ah, hallo, hallo, hallo. Vorsichtig. Schande. Ich stehe sehr ungünstig. Flip 6-3er-Log. Ein bisschen im Karree. Und genau, stimmt. Immer schön aus der Hocke schießen. Draufhalten, ja. So ein bisschen Auto eben drinnen, ne? So ein ganz klein bisschen. Äh, ich hab keinen Adler. Schande, ich hab keinen Adler. Und ich muss bis zum Ende durchladen. Bis zum Ende durchladen. In die Hocke gehen oder bricht das Nachladen nicht. Richtig? Nein. Na gut. Bot-Abwurf-Intext. Schon wieder. Wo kommen die denn alle her? Sag mal. Aus welcher Richtung? Da. Lock. Hm, hm, hm. Weiter, weiter. Hula! Oh, der hat so ein... So ein großkalibriges Schulter-Gewehr. Ja. Das ist schon fett, ey. Und wie weit der ballern kann, das ist doch unnormal. Boah, geil, unnormal. Aber wirklich? Die hatte ich auch schon mal. Da hast du ja wirklich die Mörder-Distanz. Aber das sind auch Leute, die haben hier den dreifachen Level. Ja. Ich hatte ja schon mal den Vergleich gemacht, gab damals mit Fallout 76. Ne, das Let's Play. Das hält halt so ein bisschen zurück, ne, aber... Oh, warte mal. Ne, brauche ich nicht. Aber es ist dann auch irgendwo intensiver. Ne, brauche ich nicht, will ich nicht. Ich will kein Anti-Materie-Reifel. Ich will die Stall-Ward. Da kommt wer. Lock. Kommt da noch mehr bestimmt? Aus der Hocke schießen, Leo. Aus der Hocke. Wir haben die Waffe. Was denn das? Wurde das mir gesagt? Von wem? Hallo, hallo, hallo. Beinchen. Ich habe ein bisschen getroffen, ne? Oh, schon 11 von 20 Spiern. Das ist ja kurios. Damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Am krassesten fand ich... Warte mal, ist das überhaupt in der Aufnahme? Ne, ich glaube nicht. Ich musste da ein bisschen was wegschneiden. Weg... Ja. Und wegschmeißen, richtig. Ich hatte einen Orbitalschlag vorbereitet in der Hand. Renn Richtung Base. Und dann stürze ich. Ich bin ein Stückchen zu tief gefallen und bin hingefallen. Und dann lässt er die Granate fallen. Und dann schlägt... Ne, es war ein Adlerangriff. Was schnelles jedenfalls. Und sofort... Bam! Schlugen neben mir die Granaten ein und ich war tot. Das ist ein wichtiges Learning gewesen. Wie viel ist heute hier? Wie sehr vieles... Wie sehr vieles... Rann da! Es ist eine... Euphorische Erfahrung hier. Aber es ist ja halt auch der nächste Schwierigkeitsgrad. Für die Freiheit! Block! Kein Friendifier, bitte! War das ein Speer? War das ein Speer? Weiß ich nicht. Der Orbitalschlag! Ja. Unbedingt. Orbitalschlag abgefeuert. Da sollen die hin. Ja, bitte Luftunterstützung! Na bitte alles. Warte mal auf, wir haben ja auch noch... Stimmt. Den dicken Angriff. Komm schon, Mann. Den müssen wir auch mal benutzen. Ihr Flummis, ihr. Und jetzt ballert es hier gleich richtig ab. Zack! Aber das war nicht das Größte, was wir damals hatten. Oh, da kommen sie. Draufhalten! Haben die mein Geschütz schon abserviert? Möglich. Die Demokratie! Oh. Schön getroffen. Spritze in den Hals. Sie kommen von rechts. Sind da Speer dabei? Ich will doch schwer hoffen. Ja, so ist gut. Irgendwas kommt hier. Von da hinten. Das ist einfach mal fucking Terminator. Entschuldigung. Das ist einfach mal Terminator. Das ist ein Personshooter. Ist einer von uns nicht. Nicht werfen. Nein, stopp. Hauf damit. Waffe. Waffe. Nein, Waffe. Waffe habe ich gesagt. Ah, da gute Idee. 500 Kilo Bomben. Booyah! Meine Güte, wie gut. Ich werfe das hier noch hin. Reicht das? Möglich. Ja. Nicht schlecht, ne? Dankeschön. Danke, danke, danke. Weiter. Weiter. Ich brauche mehr Training. Ich muss dieses Spiel den ganzen Tag spielen. Unbedingt. Das war ich nicht. Block. Das war ich nicht. Der ist einfach tot umgefallen. Ja. Gerne. Doch. Immer wieder. Gerne. Ah, da tiefen Angriff. Tiefen Entspannung. Oh Gott, die haben Panzer. Warte mal, stopp. Die haben Panzer. Die haben Panzer. Ich, ich. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh, oh. Der ist noch am Leben. Vorsichtig. Oder sitzt der da drinnen? Nein. Weiß ich nicht. Oh, Backe. Das wird ja immer geiler. Von Schwierigkeitsgrad zu Schwierigkeitsgrad. Ach ja, Geschützi. Na ja, noch 44 Sekunden. Ist das ein gelbes Munitionskistchen hintendran? Ja, tatsächlich. Wo sind sie alle? Vorne? Wenn wir schön im Überblick waren. Die haben Panzer. Warum kriegen wir keine... Wir kriegen bestimmt Panzer. Vorsichtig, dass der Dicke ein Schlag. Ja. So gut, ey. So gut. Aber da sind bestimmt noch Reste. Sie kommen von allen Seiten aus der Hocke schießen. Da kommen ganz viele das... Oh ja, oh ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, der ist auch teilweise geschützt, was das angeht. Geschütze jetzt. Kommt schon. Für alle. Unbedingt. Ula. Nein, ich wollte mich eigentlich da rauflegen. Warum kann man sich... Kann man sich zufällig... Kann man sich zufällig... Auch hinlegen, ohne zu springen? Das wäre ganz hilfreich. Na. Ach ja, durchladen. Bis zum Ende. Unsere Proben. Vorsichtig. Die Geschütze sind... Ich mach schon. Ich will auch was aufheben. Wir alle möchten irgendwann mal was aufheben. Da. Da kommen sie. Gleich um die Ecke. Doch nicht. Noch nicht. Jetzt. Ihr Ratten. Draufhalten. Beinchen. Beinchen. Her. Oh, weg, 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 weg. Weg. Rennen. Rennen. Spritze, Hals. Nein. Und ich hau mich direkt auf die Kontaktmine. Aber ich war auch zu euphorisch. Das passiert mir... Ne, passiert mir eigentlich dauernd. Ständig. Auch im echten Leben. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, warte mal. Liegt meine Knarre erreichbar? Dankeschön. Vielen Dank. Ja, theoretisch. Da vorne an der Ecke, ne? Diese verfluchte Mine hier überall. Müsste so einen Flächenzauber geben. Womit man die alle... Schön, ne? Ja. Das wird ja richtig krass. Ist da irgendwer noch da hinten? Sieht schon gut aus. Und Moni für alle. Äh. Einpacken. Weitermachen. Vorrücken. Oh mein Gott. Das sind Helden hier, mit denen ich spiele. Helden. Nationalhelden. Gebt ihnen einen Oscar. Oder auch zwei. Mhm. Da kommen noch welche. Ich hätte hier ganz gerne ein... etwas... weiten, effektiveres... Pinökel obendrauf. Da sind sie. Ich brauche einen Adler jetzt. Er rennt vor. Nein, haufe damit. Und da hinten auch noch. Jetzt sehe ich nichts. Das sind Speer, ne? Ich glaube schon. Und von da auch noch. Wie gut. Erbitte Orbitalschlag. Wir erbitten alle Orbitalschläge. Und noch mehr. Oder sind alle tot? Ja, rodet das Gebiet, damit es in der nächsten Saison wieder, naja, bestellt werden kann. Wir brauchen Kartoffeln. Es ist Zeit für mehr Kartoffeln. Demokratische Kartoffeln. Unbedingt hat er getroffen. Ne, hat er nicht. Ja, zweimal schon. Geil. Schön, das musste ich auch mal sehen. Dass es auch nicht nur mir passiert. Das ist wichtig. Das ist wichtig für die spielerische Entwicklung. Ne, auch so ein bisschen von den Fehlern anderer lernen. Oh, oh, hey. Wer schießt denn hier auf mich? Ach, ihr. Ihr seid das. Ich verstehe. Warte mal, können wir nicht so ein Geschütz übernehmen? Umsichtbaren? Aber so weit können wir nicht um die Ecke schießen. Bierchen für alle. Robo-Bierchen. Vielen Dank. Ja, finde ich gut. Immer schön. Emoji-Spamme, non-verbale Kommunikation. Wer ist das? Wenn kein Schild da ist, dann ist es ein Robo. Ein Feind ist es dann. Sauber. Wortabwurf. Schon wieder. Wir haben noch 13 Minuten. Ich lade mal nach. Ach ja, aufladen wieder, ne? Richtig. Immer schön. Ausdauer aufladen lassen. Und dann weiter. Rennen. Auch hier wieder. Für die Demokratie. Oh nein. Ey, 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 ey. Hilfe. Hilfe. Ich brauche Unterstützung. Mir nachwarten. Entschuldigung. Hier. Schon mal danke im Voraus. Sie schießen auf mich. Aua. Nein. Oh, wie weit die Ballern können, ne? Kurz aufladen. Ich denke, das ist das bessere Vorgehen. Willst du? Ja, wir wollen, ne? Nee, aber nicht hier. Beinchen. 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 Ist das Beinchen verflucht? Ich hab' da mal geschützt. Ja, er will ins Gesicht, ne? Au, 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 au. Spritze. Jetzt, jetzt. Ula. Ula. Brenner. Das ist ein ganzer Trupp hier zufällig. Nein, die sind voll gerannt. Nee, da ist er. Nee, da ist der Grüne der eine. Die anderen sind da oben, ne? Ja, sieht gut aus. Na? Ego-Perspektive. Einen Scanner hatte ich jetzt ganz gerne hier. Schönen Moni, genau. Moni für alle. Ah. Und da war Spezialware drin. Gute Spezialware. Ist das zerlötbar? Nee. Was ist hier zerlötbar und was nicht? Das ist zerlötbar. Von Spritzen. Sind's abgehauen? Muss mich ranhalten. Ich komm' kaum hinterher. Mhm. Hoch hier, erhöhte Position und so. Manchmal hilfreich. Da kommen sie. Ja. Hohe, 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 hohe. Nur schieß schon, dein Orbitalschlag. So, ist schön. Und von links kommt keiner mehr, ne? Es wird immer heißer, ne? Kann das sein? Also von Minute zu Minute wird hier die Haarigkeit erhöht. Und hart-Technisch befinden wir uns jetzt hier aktuell, glaube ich, in den 80ern. Alle schön bewaldet. Was? Los, renne, renne. Gut. Und durchladen. Ach ja, wieder durchatmen auch lassen. Ganz wichtig. Und... Nachbrenner. Oh, 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 oh. Ich dachte, das wäre eine Mine. Entschuldigung. Nein, ich habe niemanden getroffen. Niemanden. Aber fast. Und Evakuierung. Schön. Geschütze platzieren. Okay, dann baue ich woanders hin ein Geschütz. Wo kann ich... Wir wissen nicht, von wo sie kommen. Hm. Es könnte auch von hier was kommen. Ah, bitte geschützt. Oh, Blume. Blume. Hm, hm. Vielleicht wissen sie das schon. Vielleicht ist das immer die gleiche Richtung. Sehr, sie kommen. Nehm Waffe. Ach so, hat er mir... Hat er mir die hingesetzt? Schon wieder? Ist es das? Kann ich ja... Kann ich ja wirklich nehmen, ne? Stimmt, mache ich jetzt mal. Just for fun. Wann hat er es noch ausgewählt? Wo kommen die denn jetzt hier? Ich sehe keinen. Ziemlich ruhig. Von da hinten. Von da kommen sie. Immer schön pingeln. Oh, Backe. Ja, draufhalten. Wie lange liegt er nach? Oh. Nein. Richtig. Wir sind freie Menschen der Demokratie. Und wer das nicht akzeptieren kann, wird eingesperrt. Boom. Oh Gott, das ist ja die beste Waffe. Dankeschön. Das ist ja wirklich die allerbeste Waffe. Moni, auch dafür, ne? Hat voll. Lock. Andere Seite. Oh, da kommen sie vielleicht auch nochmal von hier. Das ist unser erster anspruchsvolle Mission gewesen, aber wir waren halt nicht alleine. Wir hatten ein gutes Team. Oh, der hat Dinger geholt. Oh, da kommt ein ganz dicker Beinchen, ne? Oh, durchladen. Durchladen. Ich hab keine Muni mehr, ne? Ist nur einmal Filfer, oder wie? Richtig. Ne, ich kann nichts nehmen. Ist durch, ne? Ist ein Einmalgewehr. Stalwatch. Wow. Ja. Leicht Überforderung. Aber nur ganz leicht. Ne. Okay, an den blauen Funken sieht man, da können wir nicht durchdringen. Nicht mit der Waffe, die wir aktuell hatten. Vorsichtig. Nicht hin, nicht hinfallen. Ansonsten wird der Orbitalangriff. Oder der Adler hier ausgelöst. Da kommen sie. Hinhocken. Immer hinhocken. So ist schön. So wird ein Schuh draus. Oh, er ist hier. Er ist hier. Wirklich Dankeschön, Mann. Für Amerika. Und Übererde. Ja, ich springe auch gern rein. Und schon sind wir wieder an Bord. So. Er hatte auch eine dicke Panzerung gehabt, ne? Ich glaube, das ist eine Management-Geschichte. Haben wir abgeschlossen? Haben wir die Belohnung bekommen? Wir sind noch bei 11. Äh, nein, noch 4 Speer. Gut, aber wir müssen ja... Das ist eine Operation, die wir gemacht haben. Das war nur Mission 1 von... Von 2 der Operation. Cockpit mit Atemflüssigkeit. Oh, für den Adlern-Upgrade. Ja. Oder... Oder für Geschützi. Nee, Geschützi. Also, die Liebe für Geschützi kommt wirklich vom Herzen. Dankeschön. Wunderbar. Verringert die Abklingzeit der Geschützstellung und Nachschubtaktik aus Rüstungen. Das freut uns. Ja, ja. Ja, ja. Mittel, okay. Wir machen Mittel. Mittlere Panzerung. So gelb wie möglich. Oder? Aber das mit dem Rückstoß ist schon cool. Nein, die grüne. Aber den Motorradhelm ist wichtig. Ansonsten Bewaffnung ist in Ordnung. Da können wir gerade sowieso nicht viel machen. Wir haben 11 Marken. Seid ihr alle durch? Eins, zwei. Wo ist der Letzte? Wir sind noch zu viert, ne? Ja, der ist noch am Arbeiten. Ja. Das war großartig. Ist er jetzt am Start? Ich mach die Mission. Ist okay. Demokratie. Da entscheidet die Mehrheit. Los! Achso, ich hab rausgefunden, warum ich den Ort nicht anklicken konnte. Die ganze Zeit. Das geht nur, wenn alle eingependelt sind. Wo, wo? Ja, äh. Ja, wo, wo? Mhm. Hier. Aber das ist heiß. Das ist heiß, das Gebiet. Sind alle drinne? Noch nicht. Noch nicht. Okay. Ja. Erst wenn alle eingeloggt sind, dann kann man das auswählen. Wir nehmen mit Gatling Geschütz. Wir nehmen mit Stallward. Und wir nehmen mit... Bitte. Und den Präzisionsschlag. Da, 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 da. Wie ist immer noch der Kleinste? Jordan hat Level 8. Aber Toasty. Toasty wird uns... Ja, wird uns retten. Er ist der wahre Anführer. Sein Strich ist pink. Und rein. Rein in die Action für die Demokratie. Aber ich glaube, die Landezone ist heiß. Das könnte ein bisschen übel werden. So, gucken, 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 gucken. So, Pi mal Daumen. Ne, geht eigentlich, ne? Vorräte. Ja. Ich nicht. Adler, genau. Alles rüberhauen. Alles rüberhauen. Warum war... Ziele abgeschlossen. Okay. Offensichtlich müssen wir Munitionsdepots... Zerschroten. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. So nicht, so nicht hoch hier. Und dann springen. Und dann hier... Nur über die Kante rüber. Ganz knapp über die Kante. Und das Feinchen. Ne, ist blau, ist blau. Ist alles super gepanzert. Kann ich ihm wenigstens die Köpfe wegschießen? Was soll ich denn da machen dann bitte? Soll ich ihn da bitte machen? Oh, das geht sogar rüber. Was für eine Frechheit. Ja. Kommt davon. Irgendwo wer... Nö. Da ist so eine... So eine... Ja, so eine Dinge ins... Gebiet gesichert. Das ist schön. Aber hier hinten ist so eine... So eine Kapsel. Kann man da nicht was machen? Oh, warte mal. Stopp. Schon... Schon verstärkt worden. Hier. Zumindest eine wertvolle Ressource. Ja, offensichtlich kann man nicht immer hier was machen. Aber man konnte... An sowas schon mal was machen. Was genau? Das weiß niemand. Oh, warte, stopp. Mhm. Oh, ich hab abgebrochen. Hey! Leo! So lustig. Ein bisschen zu spät. Da Mine. Ich werde die Mine wegschießen. Ich kümmere mich um die Mine. Defender. Das ist das Scharfschützengewehr, ne? Oder zumindest ein Präzisionsgewehr. Ja, möglich. Alles sehr vermöglichbar. Und irgendwann können wir Dinge jetzt anfordern. Da hinten. Da kommen ganz viele. Die schießen auch schon. Oh, und da ist ein ganzer Trupp. Ah, Adler. Adler, Adler, Adler. Man sieht es auch so schlecht hier gerade. Au. Ja, da wurde ich auch mal dahin gemesselt. Das passiert. Verstärkung. Dankeschön. Schon lustig. Aber meine Star Wars. Verflucht auch mal. Wo ist meine Star Wars? Äh, da. Braucht meine Knarre. Schande. Okay, ist alles durch, ne? Alles gerodet. Star Wars. Da ist sie. Da liegt sie. Danke. Pillen. Moni. Und ran da. So, wer entscheidet jetzt? Wir folgen ihm. Okay. Adler. Pluck, pluck, pluck. Wow, was für eine coole Festung. Echt ein Eis. Ich muss da. Ran. Ich muss da ran. Ist rübergekommen. Ja, immer schön rein. Pluck. Vorsichtig, vorsichtig. Er sieht das doch, oder? Was für eine geile Action. Oh, oh, von da, von da. Ganz viele. Übel. Höllenbombe. Ach so. Ach so, ja, stimmt. Okay. Ähm. Runter. Oh, oh. Ich hab, ich hab grad voll die Ladehemmung im Kopf gehabt. Voll so ein Luftbläschen. Echt krank, Mann. Die Höllenbombe. Stimmt. Ja, es war. Ich kenn die. Höllenbombe ist scharf. Wir müssen abhauen. Okay. Höllenbombe. Das kennen wir ja. Das Spektakel. Da ist noch einer. Saugut. Voll gut. Gibt's da oben noch Kram? Ja, man ist auch viel flotter jetzt unterwegs mit einer leichteren Rüstung. Sicherlich. Man wird schneller zerfetzt, aber meine Güte. Oh, und da ist wieder dieses großkalibrige Gewehr. Ein Speer. Ein Speer. Mh, mh. Hab ich noch. Adler. Hab ich noch. Oh, 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 oh. Orbital-Schlag. Irgendwas. Ne, das sind alles Geschützte. Blau funken. Kein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen, wenn's blau funkt. Oh, oh. Da hätten wir nichts machen können. Aber hier, bei ihm. Und bei ihm. Und bei ihm. Schande. Und bei ihm hier. Und bei dem da hinten. Immer schön in der Hauke bleiben. Oh, noch eins. Wie schön. Hab ich noch was? Adler. Oh, schießt er das vielleicht wirklich weg? Nice, nice, nice. Ist da noch wer? Zufällig? Hallo? Dankeschön. Oh, oh, oh. Spritze. Wer? Okay, wo ist der Rest? Wo sind die Leute? In welche Richtung geht's in dir offensichtlich? Los, folge mir. Die Gruppe hat entschieden. Oder der Hochleerwiste. Kommt da wer? Fällig? Ja, da kommt wer. Da, vorsichtig. Hat er gut wird geballert. Mhm. Scheint aber sauber zu sein. Glaube ich. Gut möglich. Na? So. Und jetzt im Viererverband. Breach and Clear. Und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern. Aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback. Und zwar von euch. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017